Wird Ihnen präsentiert von Die Joyeux Mein Pool Herr Krings, Mario und Carrera gehören irgendwie ganz fest zusammen? Ja, aus unserer Historie allein. Wir haben viele Jahre Nintendo-Produkte in Zentraleuropa vertrieben und nichts lag näher für Nintendo als Stadelbauer auszuwählen mit seinem erfolgreichen Carrera-Brend auch die Super Mario RC-Produkte und die Mario Kart RC-Produkte. Aber wenn Mario so groß für Sie ist, warum machen Sie nicht so klein? Ja, die großen haben wir ja schon. Sie sehen hier gerade unwahrscheinlich viele große Modelle und Menschen, die gerne sammeln, die brauchen etwas kleinere Modelle, weil die ja nicht so viel Platz zu Hause haben. Dementsprechend haben wir dann ein kleines Mario-Modell, die Mini-RCs entwickelt. Ein ferngesteuerter Mario zum Sammeln mit einem Lithium-Ionen-Akku für lange Laufzeit, mit dem die wahnsinnige RC-Action haben. Ah, cool. Und der kommt quasi daher in seiner eigenen Fernbedienung? Er kommt in seiner eigenen Fernbedienung, wo er auch geladen wird und dann können Sie mit der Fernbedienung wunderbar den Mario fahren. Nicht nur den Mario, Sie sehen hier, wir haben natürlich auch noch Marios Freunde. Als Besonderheit den goldenen Mario. Da wir ja sehr umweltbewusst sind, ist diese Verpackung auch gleichzeitig eine Collectible-Verpackung. Ah, sehr schön. Und der ist zwar sehr klein, aber wahrscheinlich nicht nur was für ganz kleine Kinder, ne? Der ist was für jedermann. Für größere Kinder, ne? Also von 3 bis 93. Ja, das denke ich mir. Wurde Ihnen präsentiert von Die Joyeaux, mein Pool.